Die Wirtin von Roald Dahl Billy Weaver hatte London nachmittags mit dem Personenzug verlassen, war unterwegs in Sweden umgestiegen und als er in Bath ankam, war es etwa um neun Uhr abends. Über den Häusern am Bahnhof ging der Mond auf. Der Himmel war sterbenklar, die Luft schneiden kalt und Billy spürte den Wind wie eine flache, eisige Klinge auf seine Wangen. »Entschuldigen Sie«, sagte er, »es gibt hier in der Nähe ein nicht allzu teures Hotel.« »Versuchen Sie es mal im Bell & Dragon«, antwortete der Gepäckdreher und wies die Straße hinunter. »Da können Sie vielleicht unterkommen. Es ist ungefähr eine Viertelstunde von hier auf der anderen Seite.« Billy dankte ihn nah an seinem Koffer und machte sich auf, die vierte Meile zum Bell & Dragon zu gehen. Er war noch nie in Bath gewesen und kannte niemanden im Ort. Aber Mr. Reesley vom Zentralbüro in London hatte ihn versichert, es sei eine herrliche Stadt. »Suchen Sie sich ein Zimmer«, hatte er gesagt, »und wenn das erledigt ist, melden Sie sich sofort bei unserem Filialleiter.« Billy war 17 Jahre alt. Er trug einen neuen marineblauen Mantel, einen neuen braunen Hut und einen neuen braunen Anzug. Seine Stimmung war glänzend und er schritt energisch aus. In letzter Zeit bemühte er sich, alles energisch zu tun, denn seiner Ansicht nach war Energie das hervorstechendste Kennzeichen erfolgreicher Geschäftsleute. Die großen Tiere in der Direktion waren immer fantastisch energiegeladen. Billy bewunderte sie sehr. In der breiten Straße, die entlang ging, gab es kein Läden, sondern nur zwei reine hohe Häuser, von denen eines wie das andere aussah. Alle hatten sie Portale und Säulen. Zu den Haustüren führten vier oder fünf Stufen hinauf und zweifellos hatten hier einmal vornehmende Leute geruht. Jetzt aber bemerkte man sogar im Dunkeln, dass von den Türen und Fensterrahmen die Farbe abblätterte und dass die weißen Fassaden im Laufe der Jahre rissig und fleckig geboren waren. Plötzlich fiel Billys Blick auf ein Fenster zu ebner Erde, das von einer Straßenlaterne hell beleuchtet wurde. An einer der oberen Scheiben klebt ein Zettel. Zimmer mit Frühstück, lautete die gedrückte Aufschrift. Unter dem Zettel stand eine Vase mit schönen großen Weidenkätzchen. Er blieb stehen. Dann trat er etwas näher. An beiden Seiten des Fensters hingen grüne Gardinen aus einem sandartigen Gewebe. Die gelben Weidenkätzchen passten wunderbar dazu. Er ging ganz dicht heran und spähte durch die Fensterschale ins Zimmer. Das erste, was er sah, war der Kamin, in dem ein helles Feuer brannte. Auf dem Teppich vor dem Feuer lag ein hübscher kleiner Dackel, zusammengerollt die Nase unter dem Bauch. Das Zimmer war, soweit Billy im Halbdunkel erkennen konnte, recht freundlich eingerichtet. Außer einem großen Sofa und mehrere schweren Rehensesseln war noch ein Tagier da. Und in einer Ecke entdeckte er einen Papagei im Käfig. Billy sagte sich, dass Tiere eigentlich immer ein gutes Zeichen seien. Und auch sonst hatte er den Eindruck, in diesem Haus könne man eine anständige Unterkunft finden. Sicherlich bliebte es sich hier behaglicher als in Balladragon. Andererseits war ein Gasthof vielleicht doch vorteilhafter als ein Boardinghaus. Da konnte man abends Bier trinken und sich mit Pfeilwerfen verkünden. Man hatte Gesellschaft und außerdem war es gewiss erheblich billiger. Er hatte schon einmal in einem Hotel gewohnt und war recht zufrieden gewesen. Ein Boardinghaus dagegen hatte er nur den Namen nach und, ehrlich gesagt, hatte er ein wenig Angst davor. Schon das Wort klang nach wässrigem Kohl, hartgierigen Wirtinnen und penetrantem Übringsgeruch im Wohnzimmer. Nachdem Billy diese Überlegungen zwei oder drei Minuten lang in der Kälte angestellt hatte, beschloss er zunächst einen Blick auf das Balladragon zu werfen und sich dann endgültig zu entscheiden. Er warnte sich zum Leben. Da geschah ihm etwas Seltsames. Als er zurück trat, um seinen Weg fortzusetzen, wurde sein Blick plötzlich auf höchst merkwürdige Weise von dem Zettel gefesselt, der am Fenster klebte. Zimmer mit Frühstück, las er. Zimmer mit Frühstück. Zimmer mit Frühstück. Zimmer mit Frühstück. Jedes Wort war wie ein großes schwarzes Auge, das ihn durch das Glas anstarrte. ihn festhielt, ihn zum Stehenbleiben nötigte, ihn zwang, sich nicht von dem Haus zu entfernen. Und ehe er es sich versah, war er von dem Fenster zur Haustür gegangen, hatte die Stufen erstiegen und die Hand nach dem Klingelknopf ausgestreckt. Er läutete. Die Glocke schrillte in irgendeinem der hinteren Räume und gleichzeitig, es musste gleichzeitig sein, denn er hatte den Finger noch auf dem Knopf, sprang die Tür auf und vor ihm stand eine Frau oben. Wenn man läutet, dauert es gewöhnlich mindestens eine halbe Minute, bevor die Tür geöffnet wird. Aber diese Frau war wie ein Schachtelmännchen. Man drückte auf den Knopf und schon sprang sie heraus. Geradezu unheimlich war das. Sie mochte 45 Jahre oder 50 Jahre alt sein und sie begrüßte ihn mit einem warmen Willkommenslächel. Bitte treten Sie näher, sagte sie freundlich. Sie hielt die Tür weit offen und Billy ertankte sich dabei, dass er automatisch vorwärts gehen wollte. Der Drang oder vielmehr die Begierde, ihr in dieses Haus zu folgen, war außerordentlich stark. Ich habe das Schild im Fenster gesehen, erklärte er, ohne die Schwelle zu überschreiten. Ja, ich weiß. Ich suche ein Zimmer. Alles ist für Sie bereit, mein Lieber, antwortete sie. Ihr Gesicht war rund und rosig, der Blick ihrer blauen Augen sehr sanft. Ich war auf dem Weg zum Bell & Dragon, berichtete Billy. Aber dann sah ich zufällig dieses Schild in Ihrem Fenster. Ach, lieber Junge, sagte sie. Warum stehen Sie denn in der Kälte? Kommen Sie doch herein. Wie viel kostet das Zimmer? Fünfeinhalb für die Nacht, einschließlich Frustück. Das war unglaublich billig. Weniger als die Hälfte des Betrages, mit dem er gerechnet hatte. Wenn es zu viel für Sie ist, fügte sie hinzu, kann ich es vielleicht auch ein bisschen billiger machen. Wollen Sie ein Ei zum Frühstück? Na, Eier seien teuer. Ohne Ei kostet es einen halben Schillen weniger. Ja. Fünfeinhalb ist gut. Erwiderte er. Ich möchte gerne hier bleiben. Das habe ich mir gleich gedacht. Kommen Sie herein. Sie schien wirklich sehr nett zu sein. Und sie sah genauso aus wie eine Mutter, die den besten Schulfreund Ihres Sohnes für die Weihnachtstage in Ihrem Hause willkommen heißt. Billy nahm den Hut an und trat ein. Hängen Sie Ihre Sachen nur dorthin, sagte sie. Warten Sie, ich helfe Ihnen aus dem Mantel. Andere Hüte oder Mäntel waren in der Diene nicht zu sehen. Auch keine Schirme, keine Spazierstöcke, nichts. Wir haben hier alles für uns alleine, bemerkte sie und lächelte ihn über die Schulter zu, während sie ihn die Treppe hinaufführte. Wissen Sie, ich habe nicht sehr oft das Vermögen, einen Gast in meinem kleinen Nest zu beherbergen. Die Alte ist ein bisschen verdreht, dachte Billy. Aber für fünfeinhalb die Nacht kann man das schon in Kauf geben. Ich hätte geglaubt, Sie werden von Gästen überlaufen, sagte er höflich. Bin ich auch, mein Lieber, bin ich auch. Die Sache ist nur so, dass ich dazu neige, ein ganz klein wenig wederisch und eigen zu sein. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Oh ja. Aber bereit bin ich immer. Ja, ich hatte Tag und Nacht alles bereit für den Fall, dass einmal ein annehmbarer junger Mann erscheint. Und es ist eine große Freude, mein Lieber. Eine sehr große Freude, wenn ich hier und da die Tür aufmache und jemanden vor mir sehe, der genau richtig ist. Sie hatte den Treppenabsatz erreicht, blieb stehen, die eine Hand auf dem Geländer, wandte den Kopf und lächelte mit blassen Lippen auf ihn herab. Wie Sie, setzte sie hinzu und der Blick ihrer blauen Augen geht langsam von Billys Kopf bis zu seinen Füßen und dann wieder hinauf. In der ersten Etage sagte sie zu ihm, hier wohne ich. Sie stiegen noch alle Treppenhüter und dies ist ihr Reich, fuhr sie fort. Ich hoffe, ihr Zimmer gefällt ihnen. Damit öffnete sie die Tür eines kleinen, aber sehr hübschen Vorderzimmers und knipste beim Eintreten das Licht an. Morgen scheint die Sonne direkt ins Zimmer, Mr. Perkins. Sie heißen doch Mr. Perkins, nicht wahr? Nein, sagte er. Weaver. Mr. Weaver. Wie hübsch. Ich habe eine Wärmflasche ins Bett getan, damit sich wie die Züge nicht so klamm anfühlen. In einem fremden Bett mit frischer Wäsche ist eine Wärmflasche sehr angenehm. Finden Sie nicht? Und falls Sie frösseln, können Sie jederzeit den Gasofen anstecken. Danke, sagte Billy. Haben Sie vielen Dank. Er bemerkte, dass die Überdecke bereits abgenommen und die Bettdecke an einer Seite zurückgeschlagen war. Er brauchte nur noch hineinzuschlüpfen. Ich bin so froh, dass Sie gekommen sind, beteuerte sie und blickte ihm ernst ins Gesicht. Ich hatte mir schon Gedanken gemacht. Ach, alles in Ordnung, antwortete Billy Mutter. Gar kein Grund zur Sorge. Er legte seinen Koffer auf den Stuhl und schickte sich an, ihn zu öffnen. Und wie sieht's aus mit Armbruch, mein Lieber? Haben Sie irgendwo etwas gegessen, bevor Sie herkamen? Danke. Ich bin nicht wirklich hungrig, sagte er. Ich glaube, ich werde so bald wie möglich schlafen gehen, weil ich morgen bei Zeiten aufstehen und mich im Büro melden muss. Gut. Dann will ich sie jetzt allein lassen, damit Sie ausfahren können. Ah, ehe Sie sich hinlegen, seien Sie doch bitte so freundlich, unten im Salon Ihre Personalien ins Buch einzutragen. Das muss jeder tun, denn es ist hier zu lange gesetzt und in diesem Stadion wollen wir uns doch noch die Gesetzen anrichten. Nicht wahr? Sie wickte leicht mit der Hand und verließ rasch das Zimmer. Das absonderliche Benehmen seiner Wirtin beunruhigte Billy nicht im Geringsten. Die Frau war ja harmlos. Darüber stand wohl kein Zweifel. Und zudem schien sie eine freundliche, freiliebige Seele zu sein. Vermutlich hatte sie im Krieg einen Sohn verloren oder einen anderen Schicksalsschlag erlitten, über den sie nie hinweggekommen war. Wenig später, nachdem er seinen Koffer ausgepackt und sich die Hände gewaschen hatte, ging er ins Erdgeschoss hinunter und betrat den Salon. Die Wirtin war nicht da, aber im Kamin brannte das Feuer und davor schlief noch immer der kleine Dackel. Das Zimmer war herrlich warm und gemütlich. Da habe ich Glück gehabt, dachte Billy und rieb sich die Hände. Besser hätte ich es gar nicht treffen können. Da das Gästbuch offen auf dem Klavier lag, zog er seinen Füllfederhalter heraus, um Namen und Adresse einzuschreiben. Auf der Seite standen bereits zwei Einträumen und Billy Darcy, wie man es bei fremden Büchern immer tut. Der eine Gast war ein gewisser Christopher Mulholland aus Cardiff. Der andere hieß Gregory V. Temple und stammt aus Bristol. Merkwürdig dachte er plötzlich, Christopher Mohammed, das klingt irgendwie bekannt. Wo in aller Welt hat er diesen keineswegs alltäglichen Namen schon gehört? Ein Mitschüler? Nein, vielleicht einer der vielen Verehrer seiner Schwester oder einem Freund seines Vaters. Nein, ganz gewiss nicht. Er blickte wieder in das Buch. Christopher Mulholland, 231 Cathedral Road, Cardiff. Gregory V. Temple, 27 Sycamore Drive, Bristol. Wenn er es recht bedachte, hatte der Zweitname einen fast ebenso vertrautten Klang wie der erste. Gregory Temple, sagte er laut vor sich hin, während er in seinem Gedächtnis suchte. Christopher Mulholland. So reißen wir junge Leute, hörte er eine Stimme hinter sich. Er fuhr herum und sah seine Wirtin ins Zimmer segeln. Sie trug ein großes silbernes Tablett, das sie weit von sich abhielt. Ziemlich hoch, als hätte sie die Zügel eines lebhaften Pferdes in den Händen. Die Namen kommen mir so bekannt vor, sagte er. Wirklich? Wie interessant. Ich möchte schwören, dass ich sie irgendwo herkenne. Ist das nicht sonderbar? Vielleicht aus der Zeitung handelt es sich etwa um berühmte Persönlichkeiten? Kölkenspieler, Fußballer oder dergleichen? Berühmt? Sie stellte das Tierbrett auf den niedrigen Tisch vor dem Tüfer. Ach nein. Berühmt waren sie wohl nicht. Aber sie waren ungewöhnlich hübsch. Allerweide. Das kann ich Ihnen versichern. Groß, jung und hübsch, mein Lieber. Genau wie Sie. Billy beugte sich von neuem über das Buch. Nanu? Rief er, als sein Blick auf das Datum fiel. Die letzte Eintagung ist ja mehr als zwei Jahre alt. Ach so? Tatsächlich. Und Christopher Mulholland hat sich fast ein Jahr früher eingeschrieben. Also vor reichlich drei Jahren. Du meine Güte, sagte sie kopfschüttelnd mit einem gezielten kleinen Seufzer. Ach, das hätte ich nie gedacht. Wie doch die Zeit verfliegt. Nicht wahr, Mr. Wilkins? Ich heiße Weaver. Verbesserte Billy. W-E-A-V-E-R. Oh ja, natürlich. Sie setzte sich auf das Sofa. Wie dumm von mir. Entschuldigen Sie bitte. Zum einen Ohr hinein, zum anderen hinaus. So bin ich nun mal Mr. Weaver. Wissen Sie, begann Billy von neuem, was bei all dem höchst merkwürdig ist? Nein. Was denn, mein Lieber? Ja, sehen Sie, mit diesen beiden Namen, Malhallend und Tempel, verbinde ich nicht nur die Vorstellung von zwei Menschen, die sozusagen unabhängig voneinander existieren, sondern mir scheint auch, dass sie auf irgendeine Art und Weise zusammengehören. Als wären Sie beide auf demselben Gebiet bekannt, wenn Sie verstehen, was ich meine. Etwa wie, ja, wie Dempsey und Tanni oder wie Churchill und Roosevelt. Sehr angesamt, sagte sie. Aber kommen Sie, mein Lieber, setzen Sie sich zu mir aufs Sofa. Sie sollen eine Tasse Tee trinken und Ingwerkeks älzen, bevor Sie zu Bett gehen. Ach, bemühen Sie sich doch nicht, protestierte Billy. Machen Sie sich bitte meinetwegen keine Umstände. Er lehnte am Klavier und sah zu, wie sie eifrig mit den Tassen und Untertassen hantierte. Sie hatte kleine, weiße, sehr bewegliche Hände mit roten Fingernägeln. Ich bin überzeugt, dass ich die Namen in der Zeitung gelesen habe. Fuhr Billy fort. Gleich würde es mir einfallen. Ganz bestimmt. Es gibt nichts quälenderes, als einer Erinnerung nachzujagen, die einem immer wieder entschlüpft. Er mochte einfach nicht aufgeben. Warten Sie einen Moment, murmelte er. Nur, nur einen Moment. Malholland, Christopher Malholland, war es nicht der Ipenschüler, der eine Wanderung durchs Westen, Westengland machte, und der dann plötzlich... Mich? fragte sie. Und Zucker? Ja, bitte. Und der dann plötzlich... Ipenschüler? widerholte sie. Ach nein, mein Lieber. Das kann nicht stimmen. Denn mein Mr. Moholland war kein Ipenschüler. Er studierte in Cambridge. Na, wollen Sie denn nicht herkommen und sich an dem schönen Feuer wehren? Nur zu, ich habe Ihnen schon Tee eingeschenkt. Sie klopfte leicht auf den Platz an ihrer Seite und schaute Billy erwartungsvoll lächelnd an. Er durchführte langsam das Zimmer und setzte sich auf die Sofakatte. So ist... Sie stellte die Teetasse vor ihn hin. So ist's recht, sagte sie. Wie hübsch und gemütlich das ist. Nicht wahr? Billy trank seinen Tee und auch sie nahm ein paar kleine Schlucke. Eine Zeit lang sprachen die beiden kein Wort. Aber Billy wusste, dass sie ihn ansah. Er hatte sich ihm halb zugewandt und er spülte, wie sie ihn über den Tassenrand hinweg beobachtete. Hin und wieder streifte ihn wie ein Hauch ein eigenartiger Geruch, der unmittelbar von ihr auszugehen schien und der keineswegs umangelegen war. Ein Duft, der Billy an irgendetwas erinnerte. Er konnte nur nicht sagen an was. Eingemachte Wallnüsse, neues Leder oder die Korridore im Krankenhaus. Schließlich brach sie das Schweigen. Mr. Mulholland war ein großer Teetrinker. Nie im Leben habe ich jemanden so viel Tee trinken sehen wie den lieben Mr. Mulholland. Ich nehme an, er ist erst vor kurzem ausgezogen, meinte Billy, der noch immer an den beiden Namen herumrätselte. Er war jetzt ganz sicher, dass er sie in der Zeitung gelesen hatte. In den Schlagzeilen. Ausgezogen? Sie hob erstaunt die Brauen. Aber nein, lieber Junge, er ist gar nicht ausgezogen. Er wohnt noch hier. Mr. Templeau, Sie sind beide im dritten Schlag untergebracht. Billy stellte die Tasse vorsichtig auf den Tisch und starrte seine Wirtin an. Sie lächelte, streckte eine ihrer weißen Hände aus und klopfte ihn berühmt aufs Knie. Wie alt sind Sie, mein Freund? Siebzehn. Siebzehn, rief sie. Ach, das ist was Schönes, Alter. Mr. Mulholland war auch siebzehn. Aber ich glaube, er war ein wenig kleiner als Sie. Ja, bestimmt war er kleiner. Und seine Zähne waren nicht ganz so weiß wie ihre. Sie haben wunderschöne Zähne, Mr. Reaver. Wissen Sie das? Ach, so gut wie die aussehen, sind die gar nicht. sagte Billy. Auf der Rückseite haben wir eine Menge Füllung. Sie überhörte seinen Einwurf. Mr. Templeau war natürlich etwas älter, erzählte sie weiter. Er war schon 28. Aber wenn er mir das nicht verraten hätte, wäre ich nie darauf gekommen. Nie im Leben. Sein Körper war ganz ohne Makel. Ohne was? fragte Billy. Er hatte eine Haut wie ein Baby. Genau wie ein Baby. Es entstand eine Pause. Billy nahm seine Tasse, trank einen Schluck und setzte sie behutsam auf. auf die Untertasse zurück. Er wartete auf irgendeine Bemerkung seiner Wirtin, aber sie hörte sich in Schwein. So saß er denn da, blickte unentregt in die gegenüberliegende Zimmerecke und nagte an seiner Unterliebe. Der Papagei dort, sagte er schließlich. Wissen Sie, als ich ihn zuerst durchs Fenster sah, bin ich tatsächlich drauf hereingefallen. Ich hätte spüren können, dass er lebt. Leider nicht mehr. Eine ausgezeichnete Arbeit, bemerkte Billy. Wirklich? Er sieht nicht im geringsten Tod aus. Wer hat ihn denn ausgestopft? Oh, das war ich. Sie? Natürlich, bestätigte sie. Haben Sie schon meinen kleinen Basel gesehen? Sie deutete mit einer Kopfbewegung auf den Dackel, der so behaglich zusammengerollt vor dem Kamin lag. Billy schaute hin und plötzlich wurde ihm klar, dass sich das Tier die ganze Zeit ebenso stumm und beweglich verhalten hatte wie der Papagei. Er streckte die Hand aus. Der Rücken des Hundes, den er vorsichtig berührte, war hart und kalt. Und als er mit den Fingern das Haar beiseite schob, sah er darunter die trockene, gut konservierte, schwarz-graue Haut. Du lieber Himmel, rief er. Das ist ja fantastisch. Er wandte sich von dem Hund ab und bliebte voller Begeisterung die kleine Frau an, die neben ihm auf dem Sofa saß. So etwas muss doch unglaublich schwierig sein. Durchaus nicht, erwiderte sie. Ich stopfte alle meine Kleine. Lieblinge aus, wenn sie von mir gehen. Möchten Sie noch eine Tasse Tee? Nein, danke, sagte Billy. Der Tee schmeckte ein wenig nach bitteren Mandeln. Und das mochte er nicht. Sie haben sich in das Buch eingetragen, nicht wahr? Ja, gewiss. Dann ist es gut, weil ich später, falls ich Ihren Namen einmal vergessen sollte, immer herunterkommen und dem Buch nachschlagen kann. Das tue ich fast täglich mit Mr. Von Holland und Mr. 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 Temple, ergänzte Billy. Gregory Temple, entschuldigen Sie, aber haben Sie denn außer den beiden in den letzten zwei, drei Jahren gar keine anderen Gäste gehabt? Sie hielt die Tasse hoch in der Hand, neigte den Kopf leicht nach links, blickte aus den Augenwinkeln zu ihm auf, lächelte ihn freundlich an und sagte, mein lieber Freund, nur Sie. und sie wird die Tasse hoch in den Augenwinkeln. Sehr geehrte, ich bin Lein, die Tasse hoch in der Hand, die Tasse hoch und zur Anbr pleie. Vielen Dank.